Ein Partyabend in Berlin. Bühne für Promis, Politiker und Repräsentanten der großen Konzerne und Verbände. Hier werden Kontakte gepflegt und Deals angebahnt. Wer in Deutschland etwas durchsetzen will, der braucht sie. Lobbyisten, die stille Macht im Land. Das zeigt sich auch bei den Wechseln von Spitzenpolitikern. Vom Ministersessel in die Führungsetagen der Wirtschaft. Ex-Minister Niebel heuerte beim Rüstungskonzern Rheinmetall als Lobbyist an. Ex-Kanzleramtschef Pofalla in gleicher Funktion bei der Deutschen Bahn. Ex-Gesundheitsminister Bahr arbeitet nun beim Allianz-Versicherungskonzern. Zuvor wechselte schon Staatsminister von Kläden als Lobbyist zu Daimler AG. Wer regiert wen? Wer hängt an welchen Strippen? Darum geht es in diesem Film. Wir treffen Lobbyisten bei ihrem verschwiegenen Geschäft und zeigen, wie Gesetze frühzeitig beeinflusst werden. Wenn man die Netzwerke hat, dann geht relativ viel. Es gibt einige wenige Lobbyisten, die sehr einflussreich sind, einflussreicher als eigentlich das gesamte Parlament. Also ich möchte, dass Frau Merkel entscheidet, was die Deutsche Bank macht und nicht, dass die Deutsche Bank entscheidet, was Frau Merkel macht. Musik Er ist der Mann der Deutschen Bahn. Er ist der Mann der Deutschen Rüstungsindustrie in Berlin. Einer, der hinter den Kulissen arbeitet, geräuschlos. Georg Adamowitsch. Viele Jahre hat der Sozialdemokrat in politischen Spitzenpositionen gearbeitet. Unter Wolfgang Klement war er Chef der Staatskanzlei in Nordrhein-Westfalen, später Staatssekretär im Wirtschaftsministerium. Er weiß, wie Politiker ticken. Das ist sein Rüstzeug als Lobbyist der Rüstungsindustrie. Wenn es aus Ihrer Sicht jemand in der politischen Funktion ein guter Lobbyist ist, was würden Sie für Maßstäbe an so jemanden setzen? Wenn er aus seiner Aufgabe keinen persönlichen Ego-Trip entwickelt. Kann man Lobbyismus lernen? Nein. Kann man nicht? Warum nicht? Man muss selber in die Spur kommen und da sein eigenes Profil entwickeln. Also ich habe in meinem beruflichen Leben im Grunde genommen, habe ich ja viele berufliche Stationen gehabt. Immer wenn ich irgendwo angefangen habe, habe ich nie meinen Vorgänger gefragt, wie er es gemacht hat, sondern ich habe es immer selber gemacht, wie ich es für richtig gehalten habe. Und da bin ich nicht schlecht gefahren. Wobei sein Ego sicher nicht unterentwickelt ist. Offensiv, angriffslustig, ein Sozialdemokrat der alten Schule. Heute steht der letzte Schliff für einen sehr wichtigen Termin an. Teambesprechung mit seinen Mitarbeitern. So, guten Morgen meine Damen und Herren. Wir haben vier Tagesordnungspunkte, die sich außerhalb dieses Ministergesprächs bewegen. In wenigen Tagen trifft sich die Spitze der Rüstungsindustrie zum ersten Mal seit Jahren mit dem zuständigen Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel. Der SPD-Chef hatte zuvor öffentlichkeitswirksam angekündigt, die Rüstungsbranche an die Kette zu legen und deren Exportgeschäfte strenger zu regeln. Eine Kriegserklärung. Ihr Job ist es in den nächsten Monaten, solche Initiativen wieder einzufangen. Nach dem Termin mit dem Minister, mit dem Präsidenten und Herrn Günther, die sind mal über die Kernthemen verständigen sollen. Einer aus dieser Runde war bis vor kurzem noch im Verteidigungsministerium tätig und bringt nun hier nützliches Insiderwissen ein. Dagegen will Wirtschaftsminister Gabriel in der Rüstungsexportpolitik Flagge zeigen. Deutschland ist der drittgrößte Exporteur von Waffen, zum Teil auch in Krisengebiete. Gabriel hat sich vorgenommen, dies zu ändern und die gesamte Branche neu zu ordnen. Ich glaube, dass die neue Transparenz beim Thema Rüstungsexporte wichtig ist. Und deswegen bin ich sehr froh darüber, dass es einen Rückgang gibt beim Kleinwaffenexport von, glaube ich, sogar über 90 Prozent. Ich habe dazu meine Meinung mehrfach gesagt, da sollte es bei der Tradition bleiben, dass wir Kampfpanzer nicht in so schwierige Regionen liefern. Vollmundige Versprechungen. Trotzdem sind die Rüstungsexporte bislang auch in seiner Amtszeit insgesamt konstant geblieben. Auch er kann Waffenexporte nicht im Alleingang stoppen. Wer ist mächtiger, die Spitzenlobbyisten von den DAX-Konzernen oder Politiker? Politiker. Eindeutig? Eindeutig. Ich habe heute hier gerade eine Debatte mit einem Vorsitzenden eines DAX-Konzerns gehabt, bei dem wir gestritten haben. Und ich werde das, was er von mir verlangt, in der Rüstungsexportpolitik gewiss nicht machen. Für Adamowitsch gilt es, solche Festlegungen wieder umzukehren oder zumindest abzuschwächen. Hallo, ich habe diesen Überfall mit Herrn Lenz gestern telefonisch abgesprochen. Erste Regel für Lobbyprofis, Bündnispartner suchen. Hier im Gespräch mit dem Chef des Espen-Instituts in Berlin. Eine Art Denkfabrik, die für eine enge Zusammenarbeit mit Amerika wirbt. Tenor, Deutschland als Weltwirtschaftsmacht muss auch militärisch klarer Farbe bekennen. Ich finde auch, dass die Qualität unserer Politik schlechter geworden ist in außenpolitischen, in außen- und sicherheitspolitischen Fragen. Das hat nichts mit Steinmeier oder Merkel zu tun oder mit der Frau von der Leyen. Aber wir verlieren immer weniger das Gefühl, im Grunde genommen mit einem strategischen Konzept auf strategische Herausforderungen zu antworten. Sondern wir verlieren uns dann wieder in einem deutschen politischen Klein-Klein, wenn es außenpolitisch schwieriger wird. Zweite Regel der Lobbyprofis. Mit den Spitzenpolitikern direkt reden und vor angeblichen Fehlern waren Stichworte Außenpolitik, Arbeitsplätze, langfristige Interessen. Und über solche Fragen werden wir mit dem Minister reden. Da besteht ein Gesprächsbedarf. Es macht aber keinen Sinn, im Grunde genommen, dieses zu emotionalisieren. Sondern wir müssen das hinkriegen, im Grunde genommen, dass auf der sachlichen Ebene von Faktenaustausch, im Grunde genommen, wir hoffentlich alsbald zu einem gemeinsamen Einvernehmen kommen. Und Einvernehmen wäre? Nein, Einvernehmen kann ich Ihnen nicht sagen, weil das nicht zu beschreiben ist. Ich will auch das Gespräch vom Freitag nicht vorbeikommen. Dritte Regel der Lobbyisten, das Prinzip Dauermassage. Lobbyismus ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Deswegen muss man ein Gefühl dafür haben, wann, wann, wo, mit welchen Themen sich einbringt. Und man muss auch, ich sag mal, bei solchen politischen Würfen, großen Würfen, über die wir hier diskutieren, da muss man auch ein Stück Bescheidenheit im Grunde genommen für sich selber entwickeln. Bei der Frage, wie man sich einbringt und auch was hinterher herauskommen kann. Also wer sich hier politisch übernimmt und er meint, er könnte von heute auf morgen, ich sag mal, Gesetzmäßigkeiten verändern, der hat den Job verfehlt. Aber Sie müssen dann im Grunde permanent Ihr Temperament zügeln. Das sagt meine Frau auch. Ja. Und stimmt's? Das kann ich nicht weiter kommentieren. Ich kenne mich zu wenig. Dass es in der Rüstungsexportpolitik keine klare Linie gibt, darin sieht er seine Chance. Derweil in Berlin. Ein alternativer Stadtspaziergang im Regierungsviertel. Angeboten von der Organisation Lobby Control. Also hier im Regierungsviertel, auf engstem Raum, sitzen eben auch sehr viele Lobbyisten. Lobbyismus in seiner jetzigen Form führt zu unausgewogenen Entscheidungen und das ist eine Gefahr für die Demokratie. Etwa 2000 Verbände und Konzerne unterhalten Repräsentanzen in der Hauptstadt. Von diesem kleinen Büro in Berlin aus versucht Lobby Control dagegen zu halten. Mit zwei Referenten hier und sechs weiteren in Köln. Wir haben Lobby Control gegründet, weil Lobbyismus in Deutschland weitgehend unreguliert stattfindet und exzessive Ausmaße angenommen hat. Das führt aus unserer Sicht zu einer Gefährdung der Demokratie. Sehr starke Interessen können sich einseitig durchsetzen, haben privilegierte Zugänge zur Politik. Darunter leiden andere, schwächere Interessen, die unter die Räder zu geraten drohen. Das ist ein Problem, wenn dann eben einige Interessengruppen es schaffen, die Politik so zu beeinflussen, dass sie hohe Gewinne einfahren und zahlen tut dafür die Allgemeinheit. Zurück zur Stadtführung. Entlang von zwei Dutzend Lobbystationen bekommen die Teilnehmer einen Einblick in den Dschungel der Interessenvertreter. Heute lassen sich die Mitarbeiter von German Watch, einer Organisation, die sich für mehr globale Gerechtigkeit einsetzt, die geheime Berliner Lobbywelt erklären. Hier sammeln sich so ein paar Akteure aus der Lebensmittelbranche. Der Backzutatenhersteller, immer so ein ganz nettes Beispiel dafür, was für skurrile Lobbyverbände es gibt. Hier ist der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks und hier eben der Deutsche Brauerbund. Ganz interessant zum Brauerbund ist auch noch, dass der Geschäftsführer des Deutschen Brauerbunds der ehemalige Pressesprecher von Frau Aigner ist, als sie noch im Verbraucherministerium war. Also so viel schon mal zu so Netzwerken, Seitenwechseln, das ist hier auch ein Thema. Fallbeispiel von Lobby Control, eine Gesetzesinitiative zur Alkoholprävention und was daraus wurde. 2008 rief die damalige Drogenbeauftragte Sabine Betzing ein Aktionsprogramm zur Alkoholprävention ins Leben, um vor allem Jugendliche zu schützen. Die geplanten Maßnahmen waren, Werbe- und Sponsoringverbote einzuführen, höhere Steuern hat sie vorgeschlagen, die Absenkung der Promillegrenze zum Beispiel. Und die hier, die fanden das natürlich alle überhaupt nicht gut und deswegen haben sie eine massive Kampagne aufgesetzt. Die innere Sicherheit ist in Gefahr, wenn dieses Alkoholpräventionsprogramm ins Leben gerufen wird. Und zwar warum? Weil die Kriminalität ansteigen wird. Der Zentralverband der Werbewirtschaft hat gesagt, die öffentlichen Toilettenanlagen sind in Gefahr. Also die Botschaft war, dass dieses Präventionsprogramm, was eigentlich zum Schutz von Jugendlichen gedacht war, eigentlich in allen Lebensbereichen nur ganz schlimme Auswirkungen haben wird. Und das ist tatsächlich bei der Politik angekommen. Da wurde so massiv Druck ausgeübt, auch auf die Drogenbeauftragte selbst. Es wurden dann Gesetzesentwürfe umgeschrieben und so weiter, dass dieses Gesetzesvorhaben dann letztlich eingemottet wurde. Berlin Ende September im Wirtschaftsministerium. Ein Tag, auf den der Rüstungslobbyist Georg Adamowitsch lange hingearbeitet hat. Das Treffen der Rüstungsmanager mit dem Wirtschaftsminister. Nach Wochen des rhetorischen Schlagabtauschs präsentieren die Industrievertreter und der Minister heute ihre ersten Verhandlungsergebnisse. Hat Adamowitsch die Argumente der Industrie erfolgreich platziert, samt der Drohung, die Produktion von Rüstungsgütern ins Ausland zu verlegen? Gleich wird der Minister sich äußern mit einem ganz entschiedenen Jein zu Rüstungsexporten. Herr Gabel hat das Wort. Ja, meine Damen und Herren, wir haben heute einen ersten Branchendialog mit den Vertretern der wehrtechnischen Industrie, der Rüstungsindustrie in Deutschland geführt. Das bedeutet, dass Rüstungsexporte außerhalb der NATO und der Europäischen Union und vergleichbarer Staaten prinzipiell verboten sind. Es sei denn, es gibt sozusagen einen besonderen Grund dafür, es doch zu erlauben. Mit dem Hinweis auf den besonderen Grund kann die Rüstungslobby zufrieden sein. Immer wieder hatte sie in den vergangenen Monaten gewarnt, 200.000 Arbeitsplätze seien in Gefahr, was den Wirtschaftsminister in die Bredouille bringt. Der Widerspruch entsteht dadurch, dass wir auf der einen Seite den Auftrag haben, zu dem ich persönlich auch ausdrücklich politisch stehe, Exportgenehmigungen außerhalb von NATO, EU und ähnlicher Staaten nur sehr, sehr in Einzelfällen zu treffen. Auf der anderen Seite aber die Unternehmen einen veritablen Anteil an Exporten brauchen, um diese Fähigkeiten vorhalten zu können. Der Minister rudert also ein Stück zurück. Auch Exportanträge in der Warteschleife sollen jetzt schneller durchgewinkt werden. Noch ein Erfolg für den sichtlich entspannten Lobbyisten. Deswegen war das sehr gut, wahrscheinlich ist der Zeitraum auch richtig. Ob wenn Sie mal anrufen oder so. Herr Scherzke, sagst du, das ist sicher. Ein bisschen Geduld, Sie sind doch mal ein Meter. Hey, komm mal, komm mal. Warte mal, ich hab doch... Ganz kurz nur, bitte. Ich kann ja die Bilder machen, den Inhalt kriegen Sie nicht. Es war ein Gründer, wenn man die Pressekonferenz sieht, politisch ein Erfolg für Ihre Arbeit. Meine Arbeit spielt bei diesem ganzen Thema überhaupt keine Ruhe. Die Vorbereitung, Hintergrund, im Vordergrund? Der entscheidende Punkt ist im Grunde, dass hier ein vernünftiges Gespräch zwischen der Bundesregierung und der Industrie stattgefunden hat. Richtig. Das, was der Minister an Themen artikuliert hat und wie die Themen von uns dann dargestellt worden sind, ist intensiv drüber gesprochen. Hätte auch anders sein können. Das weiß ich nicht, aber das ist ja gut gelaufen. Deswegen rede ich nicht über das Hätte, sondern das ist gut gelaufen. Etappensieg für Adamowitsch in der Hohenschule des Lobbyismus. Aber kann man dieses Geschäft überhaupt lernen? Klare Antwort, ja. Beispiel des Seminar Lobbying für Fortgeschrittene. In einem Berliner Hotel können Lobbyisten lernen, wie sie Gespräche mit Politikern vorbereiten und wie Politiker wirklich ticken. Für Anfang September wird mit einem besonderen Lobby-Experten als Referenten geworben, mit dem CDU-Abgeordneten Karl Schieverling. Er soll den Seminarteilnehmern Tipps und Tricks verraten, wie sie erfolgreicher ihre Ziele durchsetzen können. Für 1700 Euro in zwei Tagen zum Lobbyisten. Von einem, der dabei war, erfahren wir Näheres. Im Zentrum das Lobbygespräch, das geschickte Umgarnen von Abgeordneten und Beamten. Der Trainer, Dr. Hubert Koch, ist aktiver, erfolgreicher Lobbyist, war für große Unternehmen tätig und sagt, Lobbying mache Politik besser. Und Talk, don't write. Papier ist geduldig. Es zählt die persönliche Verbindung in die Politik. Darum auf dem Kursplan Rollenspiele ganz praktisch. Die Teilnehmer lernen, Gesetzesentwürfe zu beschaffen und dann zu entschärfen. Ansprechpartner in den Ministerien zu finden und nützliche Freunde für sich zu gewinnen. Wermutstropfen für die Seminaristen. Der Abgeordnete Schiewerling, der als Höhepunkt des Kurses angekündigt war, kommt leider nicht. Kurzfristig verhindert, heißt es. Ein paar Tage später treffen wir den Abgeordneten und sozialpolitischen Sprecher der CDU in Berlin. Was wollte er den Lobbyisten eigentlich beibringen? Haben Sie, kann ich mal fragen, Sie als CDU-MDB, wie Sie so persönlich mit Lobbyisten umgehen, wie Ihre Haltung ist als CDA-Mann? Ja klar, also zuerst mal Lobbyisten ist es nicht schlecht, weil wir sind als Abgeordnete ja auf Beratung angewiesen. Und es kommt darauf an, was man hinterher daraus macht. Aber Sie arbeiten auch ein bisschen zusammen mit Herrn Dr. Koch bei den Kölner Verwaltungsseminaren? Nein. Nee, können Sie nicht? Nein, nein. Nein? Nein. Lobbyisten, aber da habe ich es verwechselt. Schiewerling ist mein Name. Ja, aber sollten Sie nicht auch mal referieren bei der Konferenz der Kölner Verwaltungsseminar vor vier Wochen ungefähr über Lobbyismus? Ja, da hatte der mir, aber ich konnte nicht. Sie konnten nicht? Ja, ich weiß aber nicht, ich habe mich dann erkundigt, aber ich konnte nicht. Was hätten Sie vermittelt? Da ging es ja darum, wie Lobbyismus funktioniert in der Praxis. Ja, ich hätte vermittelt, dass es eine Frage ist von hoher Ethik auf beiden Seiten, dass ein Abgeordneter ohne Beratung in schwierigen Gesetzesfragen auch nicht auskommt, dass er dabei auch der Hilfe braucht. Und Sie sind ja schon darum, den Lobbyisten zu erklären, wie Sie effizient arbeiten. Das war ja der Titel des Seminars. Ich hätte, die Dinge, wie ich sie manchmal erlebe, sind für mich nicht effizient. Wenn Sie jetzt nochmal eingeladen werden zum Seminar, machen Sie es bei Gelegenheit nochmal, so ein Trainingsseminar, dass Sie da was berichten und erzählen. Ja, wenn sich die Frage stellt, würde ich das überlegen, ob ich das tue. Ich danke Ihnen. Schönen Tag. Bitte schön. Auch so. Wir sind mit Bundestagspräsidenten Norbert Lammert verabredet. Wie bewertet er diese überraschende Nebentätigkeit von Abgeordneten? Ich grüße Sie auch. Hallo, Tasche. Wunderbar. Was wird das denn diesmal? Wie fänden Sie es, wenn Abgeordnete des Deutschen Bundestags selbst Lobbyisten dabei schulen, wie sie effektiven Lobbyismus betreiben können? Mindestens unnötig und im Zweifelsfall auch problematisch. Problematisch. Da würde ich mich mit jedem konkreten Fall, wenn er mir vorgetragen würde, gegebenenfalls auseinandersetzen. Da hat er einiges zu tun. Der Abgeordnete Schieberling ist kein Einzelfall. Etliche seiner Kollegen aus dem Bundestag und den Landtagen haben auch in anderen Trainingsseminaren für Lobbyisten ihr Insiderwissen vermittelt. Auf der Referentenliste von Dr. Koch steht wiederholt auch die frühere SPD-Bildungsministerin Edelgard Bulman. Heute ist sie Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages. Für ein Interview steht sie nicht zur Verfügung. Wir treffen den Leiter dieser Kurse. Dr. Hubert Koch ist ein gut vernetzter Mann in der Berliner Szene. Von ihm wollen wir erfahren, warum er Politiker als besonderen Clou seiner Lobbyistenakademie einsetzt. Sind die Politiker, die ihn referieren, auch ehrlich? Ja. Ja. Ich habe den deutlichen Eindruck, dass sie ehrlich sind. Und dass sie sich auch freuen, dass sie mal mit Interessenvertretern aus einer anderen Rolle auf einer Metaebene kommunizieren können. Und plaudern auch ein bisschen aus dem Nähkästchen? Ja. Jetzt waren ja schon viele Politiker bei Ihnen, bei Ihren Seminaren, auch vor Bulman und so weiter. Jetzt kommt demnächst sogar ein Grüner bei Ihnen vorbei. Was denken Sie, warum sind die Politiker bereit, dieses Know-how aus dem Lobbyismus, aus Ihrer Erfahrung anderen mitzuteilen? Na, weil Politiker eben spüren, dass sie Lobbyismus brauchen, weil sie es jeden Tag fühlen und weil sie eben wissen, wie enorm sie davon profitieren können, Sachkunde vermittelt zu bekommen. Ein pikanter Seitenwechsel. Professor Battis ist seit Jahrzehnten mit allen Untiefen des Parlamentarismus vertraut. Aber von dieser Art Nebentätigkeit hört er zum ersten Mal. Das überrascht mich sehr. Das muss ich nun wirklich sagen. Hier wechselt jemand direkt die Front. Er bleibt Abgeordneter oder Abgeordnete. Und gleichzeitig bildet er Lobbyisten aus, um ihnen klarzumachen, wie sie am besten ihre spezifischen Tätigkeiten gegenüber dem Parlament ausüben können. Lobbyismus ist nichts Böses. Aber hier diesen Rollenwechsel vorzunehmen, halte ich für außerordentlich bedenklich. Und ich meine auch, dass da etwa das Bundestagspräsidium einer solchen Praxis nachgehen müsste. Man kann es wahrscheinlich nicht verbieten, aber es sollte nicht sein. Bei Dr. Kochs Seminaren geht es auch um die Frage, wie Lobbyisten möglichst frühzeitig Gesetzesentwürfe beschaffen und prägen können. Unter Lobbyprofis die schwierigste Aufgabe, aber auch das entscheidende Tor zum Erfolg. Denn je früher sie eingreifen können, desto stärker können sie beeinflussen. Bei Ihren Kursen versuchen Sie auch Praxisbeispiele zu liefern. Ich glaube, ein Satz war, wenn man Ihnen sehr frühzeitig, Ihnen als Lobbyist, die Gesetzesvorlagen liefert, früher als andere Sie haben, dann haben Sie einen großen Teil Ihrer Arbeit erreicht. Dann sind Sie angekommen. Naja, das ist ein Kriterium, ob man Vertrauen genießt. Aber ein wichtiges? Ein wichtiges, zweifellos. Und wie weit ist er verbreitet? Wie viele Lobbyisten schaffen das? Also ich kann jetzt nur schätzen, aber ich sage mal, ein Drittel maximal. Aber das ist schon recht viel. Ja, aber ein Drittel maximal. Wir sind überrascht. Ein Drittel der Lobbyisten bekommt also Referentenentwürfe von Gesetzen in einem frühen Stadium zugespielt. Damit hätten sie, sogar gegenüber Abgeordneten, einen entscheidenden Informationsvorsprung und die Chance, früh die Gesetzgebung zu beeinflussen. Und viele Ministerialbeamte und Referenten geben ganz gerne, auch im ganz frühen Stadium, diese Gesetzestexte weiter, um ein Feedback zu bekommen, um schon die Schwachstellen potenziell zu sehen. Das ist eine Erkenntnis, die man in Berlin gewinnen kann, ja. Und das geht ganz einfach? Nein, einfach geht eigentlich nichts. Aber wenn man ein gewisses Gespür hat, wenn man Vertrauen hat vor allen Dingen, wenn man die Netzwerke hat, dann geht relativ viel. Wo kann Lobbyismus am effizientesten einwirken? Auf welcher Ebene? Bundestag, Parlament oder Regierung oder Ministerialverwaltung? Es ist immer ein Austausch da zwischen dem Ministerium und der Regierungsfraktion. Also muss man immer mit beiden Seiten reden. Die Einflussmöglichkeiten sind natürlich dann groß, bevor ein Gesetz in wo fertig geschrieben ist. Manchmal gibt es auch noch Grauzonen etwas davor. Ist das erlaubt? Ganz früh, also weit vor der Anhörung? Ja, ich bin kein Jurist, kenne mich auch im Beamtenrecht nicht aus. Ich weiß nur, die Praxis zeigt, dass es in Berlin so ist. Eine Praxis, die auch zeigt, wie intensiv Interessenvertreter inzwischen in den Gesetzgebungsprozess eingebunden werden. Hat das eine neue Qualität im Politikbetrieb? Nachfrage im Bundeskanzleramt bei Kanzleramtsminister Peter Altmaier. Wenn Sie 20 Jahre zurückblicken, hat sich da was verschoben von den Gewichten, dass die Interessenverbände cleverer sind, professioneller, entschiedener? Beobachten Sie das, wenn Sie die 20 Jahre Revue passieren lassen? Die Interessenverbände haben sicherlich in dieser Zeit viel gelernt. Sie sind in Teilen auch professioneller, aber die Politik ist auch professioneller geworden. Die Verbände kämpfen darum, dass ihre Argumente gehört werden und sie möchten möglichst viele Entscheider ansprechen. Die Bundesregierung ist dasjenige Staatsorgan, das ein Gesetz im Bundestag einbringt. Aber das Parlament ist derjenige Ort, wo die Gesetze beschlossen werden. Und deshalb versuchen natürlich die entsprechenden Interessengruppen, ihre Interessen an beiden Stellen vorzubringen. Doch viele Parlamentarier fragen sich inzwischen, ob sie bei der Gesetzgebung nicht immer öfter zu Statisten degradiert werden. Einer von ihnen ist der Abgeordnete Marco Bülow. Er fordert eine radikale Distanzierung der Politiker von den Lobbyisten. Ich finde es wichtig, mit Lobbyisten zu reden, aber man muss die Verhältnisse wahren. Und es gibt eben die einflusslosen Lobbyisten ohne Geld und mit denen redet man halt sehr wenig. Und es gibt die mit viel Geld und die eben auch gute Posten bieten können, mit denen redet man sehr viel. Aber die Expertise von allen ist wichtig. Aber trotzdem, wenn wir zulassen, dass die Lobbyisten im Prinzip uns aufdektuieren, was wir machen, an Gesetzen mitschreiben, oder zumindest die Gesetze so verändern, dass einige wenige Unternehmer es davon haben, dann gerät man in die Schieflage. Ich sage Ihnen, der Unternehmer vor Ort, der keinen großen Lobbyverband im Rücken hat, der ist genauso sauer auf die Lobbyisten wie einige andere Verbraucherschutzgruppen, weil sie im Prinzip sehen, dass ihre Meinungen untergehen. Geschätzt 5000 Lobbyisten gibt es in Berlin. Ein Großteil hat unbegrenzten Zutritt zum Bundestag. Dabei ist das Parlament jedoch nicht ihr einziges Aktionsfeld. Mehrere Landesvertretungen rollen ihnen sogar den roten Teppich aus. Beispiel Landesvertretung Sachsen. Regelmäßig vor Bundesrats- und Ausschusssitzungen werden handverlesene Interessenvertreter aus der Wirtschaft über aktuelle Gesetzesentwürfe informiert. Wertvolle Details aus erster Hand in vertrauter Runde. Da kristallisieren sich die Probleme. Diese Art von Kooperation oder nicht Kooperation, diese Art von Informationsaustausch findet meines Wissens in der Bundeshauptstadt bisher nur bei uns statt. Diese Veranstaltung ist anders. Wir wollen Probleme aufgreifen, sichten und einspeisen. Und wir haben immer einen zweiten Punkt, der ist eigentlich auch sehr wichtig, dass wir sagen, wo drückt euch der Schuh in den nächsten 1, 2, 3, 4 Monaten. Der Schuh drückte etwa beim Mindestlohn. Unter der Regie der Lobbyisten wurde hier der Widerstand der Wirtschaft wirksam gegen die Mindestlohnbestimmungen eingespeist und umgesetzt. Ich erinnere an das Thema Mindestlohn. Das waren sehr effiziente Runden, wo nochmal der Blick geschärft worden ist, wo einfach Nachbesserungsbedarf an 7, 8 Punkten, so kam er dann auch. Also doch ein sehr wirksames politisches Instrument. Dann freut es mich und wir machen das, weil wir da sind und weil wir dafür auch bezahlt werden. Das muss man deutlich sagen. Auch mit den Interessenvertretern so zu kooperieren? Auch mit den Interessenvertretern zu hören, zu kooperieren, zusammenzuarbeiten. Auch in der Landesvertretung Nordrhein-Westfalen trifft sich die Ministerin regelmäßig mit Interessenvertretern etwa von BASF, Bayer, RWE und vielen anderen. Die Ergebnisse der Verhandlungen und Absprachen werden protokolliert, was ihnen einen Status der Verbindlichkeit gibt. Die enge Tuchfühlung mit Lobbyisten, die zuständige NRW-Ministerin sehe darin nichts Anstößiges, heißt es auf unsere Anfrage. Allerdings, solche Unterrichtungen finden unter dem Siegel der Vertraulichkeit abgeschottet von der Öffentlichkeit statt. Die Landesvertretung von Baden-Württemberg pflegt solche Treffen sogar als Marke. Preview-Bundesrat, so nennt sich die Traute-Runde mit zahlreichen Lobbyisten. Auch sie erhalten die letzten Wasserstandsmeldungen zu anstehenden Abstimmungen im Bundesrat. Und auch Hamburg bietet den Lobbyisten einen exklusiven Zugang. Der zuständige Staatsrat will sich aber nicht dazu äußern, um die Vertraulichkeit der Treffen nicht zu gefährden. Das Entscheidende ist, dass es hier unmittelbar vor solchen Sitzungen stattfindet, also Teil des parlamentarischen Verfahrens. Und das wiederum nicht öffentlich, nicht transparent, sondern eben außerhalb der Öffentlichkeit. Und das ist zu schwer zu ertragen. Und wie bewerten Sie das? Ich halte das für eine undemokratische und rechtsstaatswidrige Praxis. Sommerfest der SPD-Zeitung vorwärts. Feste dieser Art gehören in der Bundeshauptstadt zu eingespielten Ritualen. An manchen Abenden konkurrieren gleich mehrere solcher Kontaktbörsen um die Entscheider. Meist sind sie gesponsert von zahlreichen Unternehmen. Man weiß, was man aneinander hat. An diesem Abend treffen wir auch einen alten Bekannten, den Lobbyisten Georg Adamowitsch. Informelle Kontakte, die sich hier ganz selbstverständlich ergeben, sind sehr nützlich bei Terminabsprachen und anderen Anliegen. Man muss einen unbefangenen Umgang mit Lobbyisten haben. Man muss sich klar einordnen als Interessenvertreter. Man darf vor ihnen keine Angst haben, aber vor allen Dingen darf man von ihnen nicht abhängig werden. Im Bereich der Pharmaindustrie, im Bereich der Finanzwirtschaft wird da schon mit harten Bandagen gekämpft. Und ich habe erlebt, mit welcher Macht und welchem Einfluss dort die Finanzlobby gearbeitet hat. Und dass die ein Vielfaches an Manpower zur Verfügung hatten, als wir drei Abgeordnete dagegen sind. Lobbyisten wie Adamowitsch wissen aber auch, dass sich Politiker gerne mit Lobbyisten einlassen. Es gilt die Regel, mach Freunde, bevor du sie brauchst. Was ich für ausgesprochen ärgerlich halte, das ist die Bereitschaft ehemaliger Politiker, die ihre politisch erworbenen Verbindungen nachträglich versilbern für aberwitzige Geldbeträge, um dann Türöffner zu spielen. Aber ist Geld die einzige Triebfeder? Josef Janning hat zehn Jahre lang als Geschäftsführer der Bertelsmann Stiftung gearbeitet. Er kennt das politische Geschäft. Das ist Wichtigkeit. Der Abschied aus der Politik geht in der Regel einher mit dem auch persönlich empfundenen Verlust an Bedeutung. Eine solche herausgehobene Lobbyposition, wo man auch großen, bestverdienenden Vorstandsvorsitzenden mal sagen kann, wie es eigentlich geht, ist da eine ganz willkommene Kompensation. Das heißt, man hat die Drogewichtigkeit, die in der Politik eine Rolle spielt, die wird dann verlängert in den neuen Job. Ja, denn das ist die Ressource von früheren Politikern, ist ihre Kenntnis des Geschäfts, sind ihre Kontakte. Und deswegen können sie am besten weiterarbeiten und am besten verdienen in der Lobbybranche. Spielt das Geld auch eine Rolle? Natürlich spielt das Geld eine Rolle. Müssen Politiker schärfer trennen zwischen öffentlichem Auftrag des Amtes und privaten Ambitionen? Der Bundestagspräsident wird deutlich. So sehr ich jedem Interessenvertreter zubillige, dass er die Interessen, die er vertreten soll, auch vertreten darf, so sehr erwarte ich von jedem Mandatsinhaber, dass er sich bewusst ist, dass er nicht Vertreter eines bestimmten Interesses, sondern Vertreter des Volkes in der Umsetzung des ständig schwierigen Weges zur Suche des Gemeinwohls ist. Hier im Verband der deutschen Energiebranche arbeitet eine enge Vertraute der Kanzlerin. Im Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft haben sich mehr als 1800 Unternehmen zusammengeschlossen, um ihre Interessen durchzusetzen. Hildegard Müller steuert den Verband. Die Hauptgeschäftsführerin war bis 2008 Ministerin im Kanzleramt unter Angela Merkel. Hier ist es, glaube ich, an der Zeit, dass die Bundesregierung jetzt auch endlich handelt. Es ist nicht hinzunehmen, dass Frau Klender sich jetzt so lange da streiten. Das ist ganz wichtig. Ihr Verband profitiert vom Chaos in der Energiewende. Selbst der zuständige Minister Gabriel spricht von Karneval bei den vielen paradoxen Vorgaben in der Energiepolitik. Es gilt die Erfahrung, wenn die Politik nicht weiß, was sie will, dann schlägt die Stunde der Lobbyisten. Sie finden mehr Gehör. Gut, gab es sonst welche Anfragen heute schon? Was macht Ihnen der Spaß? Jetzt diese Rolle als Lobbyistin oder vorher die als Politiker? Ich mache das jetzt hier mit großer Freude. Und also jede Zeit hat ihre Phasen für mich, zumindest in meinem Leben. Und mir macht das hier großen Spaß. Das ist eine tolle Aufgabe. Und wo können Sie mich durchsetzen? Als Gesetzgeber setzen Sie mehr politisch um. Gesellschaftliche Prozesse jetzt auch mit in der Energiewende zu gestalten. Ich hoffe, dass wir als BDW da auch ein Zeichen setzen können. Offiziell versteht sich der Spitzenverband als Dienstleister. In der Zentrale werden Einspeisevergütungen analysiert und Energiekapazitäten ausgewertet. Mit Statistiken kann man Politik machen. Wenn wir sagen, Politik geht in eine falsche Richtung oder legt Vorschläge vor, die wir nicht für richtig halten, dann legen wir natürlich auch Wert darauf, dass auch unsere Meinung gehört wird und wir eigene Vorschläge auch einbringen. Würden Sie denn selbst sagen, dass Sie eine gute Lobbyistin sind? Ob gut oder nicht, müssen am Ende meine Mitgliedsunternehmen beurteilen. Es gibt, glaube ich, nicht gute und schlechte Lobbyisten. Erfolgreich und nicht erfolgreich? Erfolgreich und nicht erfolgreich. Also mein Ziel ist es, den BDW wirklich zu einem anerkannten Fachverband zu machen. Den Ton im Fachverband geben aber nach wie vor die großen vier vor. Die Energiekonzerne RWE, E.ON, EnBW und Vattenfall. Malte Kreuzfeld, Parlamentsredakteur der Taz, hat in einem aktuellen Buch die Strategien der Energielobby detailliert untersucht. Seine Bilanz. Die Energielobby hat es geschafft, dass die Energiewende deutlich abgebremst worden ist, langsamer läuft als selbst unter Schwarz-Gelb und viel langsamer als beispielsweise die SPD in ihrem Wahlprogramm versprochen hat. Die Ziele sind einfach nach hinten geschoben worden. Und das ist für die Energielobby gut, denn jede Kilowattstunde Strom, die in einem Windrad oder einer Solaranlage erzeugt wird, mindert die Gewinne derjenigen, die Kohlekraftwerke betreiben. Also ein Kampf zwischen Gewinnern und Verlierern. Kann man ein generelles Strickmuster in der Lobbyarbeit der Energielobbyisten identifizieren? Ja, sie sind relativ gut darin zu warnen, könnte man freundlich sagen, oder Panik zu schüren, wenn man es weniger freundlich betrachtet. Die eine Warnung lautet immer, die Kosten explodieren durch die Energiewende, wir brauchen die Kohle, die preiswerte heimische Kohle als Kostenbremse in der Energiewende. Die zweite Panik, die immer geschürt wird, ist die Energiewende, führt zu fehlender Versorgungssicherheit. Die Erneuerbaren sind nicht immer verfügbar, dadurch könnten die Lichter ausgehen. Dass sie nicht mal verfügbar sind, stimmt. Dass dadurch die Lichter ausgehen, kann bisher keine Rede von sein. Hildegard Müller, profitiert sie vom direkten Traat zur Bundeskanzlerin? Die Kanzlerin ist jemand, der sehr rational Dinge entscheidet. So wie sie. Und dazu gehört, dass sie sich unterschiedliche Meinungen anhört. Und ich glaube, dass sie über die Meinung, die sie mitwegt, den BDEW mit einbezieht. Aber nicht, weil ich mal ihre Staatsministerin war. Was allein aus öffentlich zugänglichen Aufstellungen zu sehen ist, ist Frau Müller eine derjenigen, die am meisten ein- und ausgeht, in den Ministerien. Allein im ersten Halbjahr 2014 hatte sie acht Termine bei Ministern und Staatssekretären persönlich. Und das ist mehr als fast alle anderen und weit mehr auf jeden Fall beispielsweise als die Erneuerbaren. Sie hat da privilegierten Zugang. Und wie denken Sie, wenn Sie sogar gefragt werden, wie oft Sie Angela Merkel gesehen haben und Ihren Kalender offenlegen sollen, was denken Sie, wenn solche Anfragen kommen? Ich nehme die hin. In direkter Nähe zum Reichstag. Die Parlamentarische Gesellschaft. Ein Rückzugsort, der eigentlich Abgeordneten vorbehalten ist. Ausgerechnet hier trifft sich regelmäßig ein exklusiver Kreis von Spitzenlobbyisten, zu denen auch Hildegard Müller als stellvertretende Vorsitzende gehört. Wenn der sogenannte Adlerkreis Politiker zu seinen vertraulichen Treffen ruft, verweigert sich niemand. Heute berichtet übrigens die CSU-Spitzenfrau Gerda Hasselfeld über Interna aus der Großen Koalition. Nach zweieinhalb Stunden verlässt Johannes Neukirchen den exklusiven Kreis. Früher war er Ministerialdirektor, dann BMW-Lobbyist, heute ist er für den Chemiekonzern Lanxess unterwegs. Über den geheimtagenen Adlerkreis hat bislang noch kein Mitglied vor der Kamera gesprochen. Der Adlerkreis hat einen besonderen Ruf. Und man wird gefragt, ob man Mitglied des Adlerkreises werden möchte, nachdem vorher eine kleine, aber sehr intensive, interne Meinungsbildung stattgefunden hat. Immerhin Hildegard Müller war jetzt da. Dann der Herr von Kläden ist Mitglied. Das sind doch wirklich BDI-Chef, Geschäftsführer. Das ist ja nicht irgendwas. Die Crème de la Crème des Top-Lobbyismus. Ich kann dem nichts hinzufügen. Ist das auch ein Grund, weil diese Leute da sitzen, dass dann auch die Politiker kommen? Natürlich. Es bedingt sich gegenseitig. Wenn Sie über, ich sag mal, Jahrzehnte, über die Jahre im Dialog sind mit der Politik und vernünftig argumentieren, sich vernünftig verhalten, ist das die Eintrittskarte auch für weitere Gespräche, für weitere Argumentationen. Und von der Methode her, welche Methode ist am effektivsten? Persönliches Gespräch. Und dann verrät Neukirchen noch ein Geheimnis. Warum öffnen sich Politiker den Lobbyisten? Viele Politiker wissen ja auch, dass wir Informationen und Dinge für die Entscheidungsbildung unserer Vorstände in die Unternehmen, in die Verbände reinbringen. Und das ist zum Beispiel eine ganz wichtige Funktion, die Übermittlung auch der politischen Botschaften authentisch mit Gewichtung in die Unternehmen. Aber das stimmt in keinem Lehrbuch. Nein. Aber sie war hell. Tschüss, tschüss. Kurz darauf will Frau Müller die parlamentarische Gesellschaft verlassen. Ihr Dienstwagen ist schon fahrbereit, doch sie kehrt wieder um und dirigiert ihren Fahrer zu einem anderen Ausgang. Unsere Kamera scheint ihr lästig zu sein. Anschließend stellt ihre Pressestelle sich taub. Für weitere zugesagte Drehtermine ist Frau Müller nicht mehr zu haben. Dass Minister permanent mit Wirtschaftsvertretern sprechen, entspricht unserem Verständnis auch von Wirtschaftsführung. Wenn die Bundeskanzlerin nach China fliegt, dann sind auch Abreihe 6 sitzen da auch laut der Wirtschaftsvertreter. Das ist eine völlig legitime Wahrnehmung deutscher Wirtschaftsinteressen. Aber das ist transparent, das ist öffentlich, das weiß man. Wenn solche Treffen aber, und noch dazu institutionalisiert, abgeschirmt von der Öffentlichkeit stattfinden, dann ist das gerade nicht in Ordnung. Dann widerspricht das genau dem Transparenzgebot, wie es aus dem Demokratiegebot folgt. Mangelnde Transparenz schließlich auch im Bereich externer Mitarbeiter in den Ministerien. Wer hier täglich ein- und ausgeht, ist nicht zwingend ein Staatsbediensteter. Ganz offiziell werden seit 10 Jahren in den Ministerien auch Mitarbeiter aus Verbänden und Unternehmen eingesetzt. Ein ganz spezielles Personalaustauschprogramm. Die Lobbyisten gelangen damit gleichsam ins Herz der Exekutive. Trotz Kritik des Bundesrechnungshofs, das Programm läuft bis heute. Die aktuellen Fälle werden in vertraulichen Berichten halbjährlich dokumentiert. Etwa dieser. Der Bundesverband der Deutschen Industrie, kurz BDI, platzierte über 2 Jahre hinweg einen Mitarbeiter ins Außenministerium. Ins Referat 402 für Außenwirtschaft. Das Ziel des Austauschs war laut internem Bericht, das Verständnis für regierungsamtliches Handeln und daraus Erwachsenenpositionen zu erreichen. Ein Lobbyist als Politikversteher im Ministerium, der bezahlt wurde vom Bundesverband der Deutschen Industrie. Im Außenministerium wertet man das Programm immer noch als vollen Erfolg. Dieses Personalaustauschprogramm hat der Osnabrücker Verwaltungsrechtler Prof. Bernd Hartmann in einer unveröffentlichten aktuellen Studie eingehend analysiert. Es gibt jetzt dieses Personalaustauschprogramm Seitenwechsel. Wie bewerten Sie das insgesamt? Ich halte das Programm, wie es derzeit stattfindet, für verfassungswidrig. Es verstößt gegen das Grundgesetz. Das Grundgesetz normiert einen Staat, der im Interesse der Allgemeinheit tätig wird. Wenn jetzt von Arbeitgebern entsandte private Arbeitnehmer im Ministerium wie Beamte tätig werden, entsteht der Interessenskonflikt, dass die im Interesse ihres Arbeitgebers im privaten Interesse tätig werden und nicht im Interesse der Allgemeinheit. Was ist verfassungswidrig daran? Es verstößt gegen das Rechtsstaatsprinzip, weil das Rechtsstaatsprinzip eine neutrale Verwaltung will. Der Staat muss dem Allgemeininteresse dienen und nicht den privaten Interessen der Entsendenden Arbeitgeber. Hinzu kommt eine weitere Gefahr, auf die Verwaltungsrechtsexperte Prof. Battis hinweist. Aber das Problem ist natürlich, dass hier es zu Durchstechereien kommt, dass hier unzulässiger Lobbyismus gemacht wird. Kurz, dass man sogar das Ministerium kapert. Das für dieses Programm zuständige Innenministerium ignorierte unsere Anfragen zu diesem Thema mit der schnöden Antwort, man habe keine Zeit. Am Ende dieser Reise durch den Dschungel des Lobbyismus steht die Frage, lässt sich die enge Kooperation von Politikern und Lobbyisten überhaupt noch regulieren? Politikexperte Josef Janning ist skeptisch. Solange die Lobbyisten niemand zwingt, das Geschäft anders zu betreiben, werden sie es nicht tun. Denn sie leben ja davon. In dem Moment, wo es sehr viel stärkere Transparenzvorschriften und Regeln gäbe, dann wäre der Handlungsspielraum der Lobbyisten deutlich geringer. Und deshalb tut die Politik nichts in diesem Sinne. Deswegen haben auch viele Politiker kein Interesse, diesen Spielraum zu beschneiden. Sie würden es erst dann tun, wenn sie selbst mehr durch eine Regulierung zu gewinnen hätten, als sie durch die gleiche Regulierung an Möglichkeiten verlieren würden. Und das ist eben nicht so. Nein, das ist bisher nicht so. Trotzdem gibt es Ausnahmen. Eine Initiative aus der Mitte des Parlaments gegen die stille Macht der Lobbyisten. Etliche Abgeordnete wollen sich nicht weiter als Abnicker missbrauchen lassen. Warum ist diese Diskussion, wenn sie geführt wurde, ein Risiko für die Politiker? Warum? Ja, weil dann die Menschen nachfragen würden, was denn wirklich da passiert. Man kann nicht mehr sagen, das stimmt alles nicht. Weil dafür gibt es so viele Beweise. Gerade bei den Politikern, die aufhören und dann in die Wirtschaft gehen mit hochdotierten Posten. Das kann man nicht mehr. Also versucht man es eher so ein bisschen, ein bisschen Ruhe reinzukriegen. Diese Ruhe versucht Bülow mit seiner Initiative zu stören. Er setzt auf eine Selbstverpflichtung der Parlamentarier. Alle Lobbykontakte sollen öffentlich gemacht werden. Weil wir nicht weiterkommen auf der Bundesregierungsebene, weil wir keine vernünftigen Gesetze haben, müssen wir als Abgeordnete vorangehen, einen Kodex haben, wo wir bestimmte Dinge festlegen, die wir wenigstens für uns festmachen. Bislang haben nur 40 Abgeordnete von SPD, Linkspartei und Grünen diesen Kodex unterzeichnet. Abgeordnete der Union fehlen auf diese Liste. Diese Spielregeln ändern, das ist halt unheimlich schwierig. Man hat ja eigentlich so drei Möglichkeiten. Entweder man macht mit, bei den Spielregeln versucht, das Beste rauszuholen, bei Monopoly, auch wenn die Spielregeln nicht passen. Man verlässt das Spiel, weil die Spielregeln blöd sind. Oder man versucht, die Spielregeln zu ändern. Das ist das Schwierigste. Das sind dicke Bretter. Dicke Bretter klingt nicht gerade ermutigend. Wo Distanz zu den Lobbyisten doch eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein müsste. Denn das Parlament ist der Allgemeinheit dem deutschen Volke verpflichtet. Und nicht den deutschen Lobbyisten.